Ich wiederhole nochmal, ja? Kein Fernseher, kein Telefon. Mal auf diese Dinge zu verzichten, tut uns allen gut. Da ist es. Es ist ja ein super Haus. Ich find's toll hier. Wow, schon mal auf die Uhr geguckt? Ja, wie spät? Wie spät? Dann trink ich aufs Single-Dasein, aufs Doppelsehen, auf dem Flotten-Dreier. Du hast ja schon mit 14 in ihn verknallt. Hallo? So, darauf trinken wir doch erstmal. Ja. Hört ihr irgendwas? Kleiner! Sarah! Er hat mich gebissen. Einfach so? Wenn ihr mich fragt, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr echt schon wieder nach Hause? Das Flugzeug treibt weg. Was? Wir haben es absichtlich durchgebissen. Oh mein Gott. Sie wollen es nicht hier haben. Power! Lauf! Als wüssten sie, dass wir hier weg wollen. Bleibt hier keine Minute länger. So mein Gott. Lauf! Oh, oh, oh!